Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Alicia Emi Berg, ich darf Sie heute ein bisschen durchs Programm führen und deshalb heiße ich Sie ganz herzlich willkommen bei den Black Shots Silly Pipers! Wir sind heute das allererste Mal hier, mitten in Berlin, in diesem wunderschönen Haus, im russischen Haus Berlins. Wir freuen uns, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Wir sind ein bisschen stolz, dass es so voll geworden ist. Und da ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, übernimmt die nächsten Worte dieser fantastische Herr. Unser Teufelsgeiler, möchte ich mal sagen, an der fünfseitigen Vektor-Violine, Graf Aliak Semyonov! Dobre Vierce, in Kuzia! Ladies and Gentlemen, Dobre Vierce! Guten Morgen Berlin, wir begrüßen euch ganz, ganz, ganz herzlich. Wir sind ein internationales Ensemble und ich hoffe, wir haben auch ein internationales Publikum hier. Und für euch, extra jetzt, haben wir vorbereitet ein schottisches Lied. Und es heißt, When the Pipers Blame. So ist das so. Das ist das so.